Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich finde es wirklich super, dass ihr euch sowas von einig seid, wenn ich hier mal eine Umfrage auf meinem Channel stelle. Ein wirklich sehr, sehr schönes Ergebnis, aber es war auch irgendwie zu erwarten. Es sind natürlich sehr, sehr viele hier wegen Krypto logischerweise auf meinem Kanal und dafür auch nochmal gesagt, keine Sorge. Also es haben sehr, sehr viele dann auch noch in die Kommentare geschrieben. Ist doch egal, was andere hier schreiben. Sie würden trotzdem gerne zumindest hin und wieder mal Aktien, ETF-Videos, irgendwie was in die Richtung sehen. Deswegen machen wir das auch. Es wird trotzdem immer ein sehr, sehr kryptolastiger Channel bleiben. Keine Sorge an alle Krypto-Enthusiasten. Wir werden hin und wieder, wenn es denn passt, einfach dann auch mal ein paar Aktien- und ETF-Videos mit einbauen. An die, die das nicht juckt, einfach nicht anschauen, ganz blöd gesagt. Aber es ist doch sehr, sehr wichtig, dass man hier nicht nur innerhalb des Kryptomarktes streut, sondern auch tatsächlich in unterschiedlichen Anlageklassen. Und hier geht es ja auch in erster Linie nicht nur um News, sondern auch um Education. Und sehr, sehr viele, die ohne Krypto unterwegs sind, haben entweder bereits die Quittung bekommen oder werden das in Zukunft noch bekommen. So oder so, auch wenn wir natürlich das Riesenpotenzial im Kryptomarkt haben und sehen, aktuell muss man das, wenn es jetzt nicht gerade ausschließlich Bitcoin-Ethereum-Portfolio ist, einfach immer noch als großen Zock unter anderem auch mit Werten, was das Krypto-Portfolio betrifft. Auch wenn wir natürlich alle davon ausgehen, dass die gesamte Welt um Krypto nicht mehr drum herum kommt und uns das alle unverschämt reich macht. Keine Frage, dennoch Diversifikation, insbesondere in unterschiedlichen Anlageklassen, ist ein sehr wichtiges Spektrum. Deswegen machen wir heute mal Long-Term-Aktien-Analysen. Wir haben uns ein paar rausgesucht, sei das jetzt Apple, Nvidia, Netflix, Facebook, Coinbase zum Beispiel auch natürlich an Krypto angehaucht. Machen da ein paar Chart-Analysen, denn die Chart-Analyse funktioniert mit Aktien exakt, genauso wie auch im Krypto-Space, genauso wie bei Gold und Silber, genauso wie im DAX oder im Dow Jones, was auch immer. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. Da ich weiß, dass hundertfach diese zwei Fragen wieder auftreten werden. Erstens, wo kaufe ich all meine Aktien, wo handele ich Aktien, wo handele ich ETFs? Das Ganze mache ich über Trade Republic. Das ist auch kein Werbevideo dafür. Nutzt diese App einfach seit Ewigkeiten, quasi fast seitdem sie existiert und macht darüber in dem Sinne alles. Und dazu gibt es natürlich auch einen Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Win-Win-Situation, wir bekommen beide 25 Euro Bonus, wenn ihr den nutzt. Solltet ihr also noch kein Depot haben, würdet ihr natürlich auch mich und den Kanal damit unterstützen und gleichzeitig 25 Euro Bonus absahen. Frage Nummer zwei ist, was hältst du von der und der Aktie? Schreibt mal einfach entsprechende Aktien, die ihr gerne zusätzlich analysiert haben wollt, auch gerne in die Kommentare. Dann schauen wir, ob wir das in einem zukünftigen Video vielleicht auch mal machen können. Wie gesagt, Aktien-Videos, damit wird mein Channel jetzt nicht überhäuft. Weil immer, wenn es passt, dann bauen wir das auch mal zwischendurch ein, wenn der Kryptomarkt dann zum Beispiel mal relativ langweilig unterwegs ist. Gut, dann würde ich aber auch sagen, gehen wir hier rüber in den Splitscreen. Und zwar, ja, da einfach nochmal zugesagt, wie ihr seht, das ist jetzt zum Beispiel die Nvidia-Aktie. Funktioniert das mit den Analysen genauso wie im Kryptospace auch? Ja, hier haben wir auch da einfach nahezu, oder was heißt nahezu, so ziemlich den perfekten Einstieg einfach bei der Nvidia-Aktie bekommen. Ähm, eben durch diese charttechnischen Analysen. Da auch nochmal gesagt, natürlich muss man schauen, was macht dieses Unternehmen, wie liquide ist das Unternehmen, wie sind die Geschäftszahlen in dem Sinne. Wir haben da natürlich viel, viel mehr Einsichten als im Kryptosektor. Dennoch, welches Ereignis auch immer, welche Fundamentaldaten auch immer für Ereignis XY sorgen, die Chartanalyse sagt mir, wann ist dort der Trendwendebereich und wann steige ich ein. Ja, das hier, dass ich hier den perfekten Pick bei Nvidia gekriegt habe und knapp 300% hier mitgenommen habe, das haben mir keine Fundamentaldaten geliefert, das hat mir die Chartanalysen geliefert. Ja, dementsprechend handle ich auch danach tatsächlich und versuche da natürlich genauso auch meine Ausstiege zu bekommen. Gut, bleiben wir doch auch direkt bei Nvidia Long-Term-Analyse, das haben wir jetzt mal von dem entsprechenden Lau, wie da die übliche wellige Bewegung ist, bis zu der großen Korrektur, bis ganz nach oben. Und Ziel-Level sind erstmal tatsächlich 627 Dollar, also auch das hier ist der Dollar-Chart, nicht mehr im Euro-Chart zu verwechseln, 627 Dollar bis tatsächlich fast 750 Dollar, die wir auf jeden Fall noch bei Nvidia sehen können. Auch wenn da so langsam jetzt ein bisschen die Luft rauskommt, nach aber auch einem wirklich phänomenalen Anstieg, also Nvidia ist ebenfalls mein bester Einzelaktien-Pick gewesen. Ihr habt es in einem vorherigen Video vielleicht aber auch schon gehört, dass ich den Großteil abgestoßen habe. Das war an diesem Punkt hier, hatte ich mir einmal markiert, war zwischenzeitlich gar nicht so verkehrt, jetzt ist das schon wieder auf dem Weg dahin. Nicht, weil ich von Nvidia nicht mehr überzeugt bin, sondern weil ich, wie gesagt, allein mit der Bewegung über 300% Rendite mitgenommen habe und insgesamt mit Nvidia über 200% im Plus war. Ich hatte halt einen Sparplan bei Nvidia, dementsprechend habe ich natürlich auch dann hier bei etwas höheren Kursen damit eingekauft, hier aber auch so nochmal nachgekauft gehabt. Und erstens am Profitmitnahmen ist sowieso niemand verarmt, zweitens ist Nvidia natürlich auch Bestandteil vom MSCI World ETF, den ich seit Ewigkeiten bespare. Und dementsprechend wollte ich damit einfach ein bisschen Klumpenrisiko vermeiden und die Gewinne, logischerweise abzüglich der Steuer, habe ich dann auch entsprechend in den ETF wieder reinvestiert. Das war einfach nur der Grund für den Verkauf meiner Nvidia-Aktien. Ich denke, bei einer derartigen Marktkapitalisierung mal über 200% mitnehmen, da kann man nicht knurren, auch wenn es selbstverständlich theoretisch noch eine ganze Ecke weitergehen kann. Das sind aber erstmal so die Ziellevel für Nvidia. Langfristig natürlich gesehen kann, zwischenzeitlich kann natürlich auch erstmal noch hier eine Korrektur ansetzen, dass wir hier auch nochmal wieder eine Einstiegsmöglichkeit haben und so diesen Weg gehen können. Da halte ich euch dann wie gesagt auf dem Laufenden, aber erstmal sind das so die Ziellevel für Nvidia. Wichtig gesagt, auch hier Aktien Long-Term-Analysen, wenn wir natürlich auch gleich weiterschauen. Long-Term-Analyse heißt, das wäre dann so ungefähr das Peak mit den Zielleveln, wenn wir den nächsten wirklichen Wirtschaftsaktien-Boom haben und so weiter. Das kann sein, dass sich die Welt wieder beruhigt und nächstes und übernächstes Jahr da schon was in die Richtung kommt, was wir natürlich auch vom Kryptomarkt mit Bitcoin und dem Halving etc. erwarten. Es kann auch sein, dass sich das über 7, 8 Jahre zieht und wir erst diese entsprechenden Ziellevel erreichen. Deswegen ist es ganz klar Long-Term-Analysen. Das ist jetzt nichts, was wir irgendwie erwarten. Ja, kommt übermorgen oder in den nächsten ein, zwei Monaten. Machen wir das ansonsten mal alphabetisch weiter. Apple einer der wenigen Charts, die nicht ganz den entsprechenden Bereich angelaufen haben. Wir haben hier aber auch einfach eine, ja, wir sind da im Billionenbereich der Marktkapitalisierung und das entsprechend, wenn ein Aktienunternehmen diese krasse Marktkapitalisierung, diese Liquidität erreicht hat, ja, dann ist es einfach unwahrscheinlich, dass wir nochmal so die üblichen 50 bis 66 Prozent Korrekturen sehen, wie wir das normal in den Märkten oder in Bewegungen auf jeden Fall sehen. Ja, also Apple wird aller Wahrscheinlichkeit nach niemals mehr um irgendwie 50 bis 70 Prozent einstürzen. Also wir haben hier jetzt die stärkste Korrektur seit langer Zeit gesehen mit überhaupt nicht mal ganz 30 Prozent. Und das war schon absolut verrückt eigentlich. Dementsprechend habe ich hier dann einfach nur die letzte Aufwärtsbewegung des C-Crashes genommen für die Korrektur, um einzusteigen. Und selbst die ist nicht knapp angelaufen worden, wäre in dem Sinne auch schon hinfällig, da er hier ein neues All-Time-High gemacht hat. Grundsätzlich wollen wir aber natürlich auch, denn wenn wir uns mal den Apple-Chart anschauen, ja, wollen wir auch hier einfach mal eine stärkere, gesündere Korrektur einfach sehen am Apple-Chart. Aber wie wir sehen, das ist relativ unwahrscheinlich, dass die einfach so stark noch ausfallen. Dementsprechend müssen wir natürlich abwarten, aber per Einzelkauf ist mir Apple einfach zu hoch. Natürlich Chapeau an all diejenigen, die da vor Jahren eingestiegen sind und die ganze Bewegung mitgenommen haben, aber auch hier Apple macht mittlerweile fast 5 Prozent, müsste es glaube ich schon sein, vom MSCI World auf. Also auch da wäre der Einzelkauf der Aktie einfach ein zusätzliches Klumpenrisiko, zumal da ja auch nicht nennenswert prozentual Dividende zusätzlich ausgeschüttet wird. Wer ein paar tausend Apple-Aktien hat, vielleicht okay. Okay, aber ansonsten, ja, kaufe ich Apple nicht als Einzelaktie dazu. Hatte ich nach dem C-Crush dann nochmal, aber auch die habe ich mittlerweile hier in dem Bereich irgendwo veräußert gehabt. Also grundsätzlich Apple wollen wir eigentlich nochmal stärker korrigieren sehen. Denn hoffentlich, bevor wir da wirklich final sagen können, okay, zack, zack, jetzt haben wir endlich mal wieder von der C-Welle eine vernünftige Bewegung, dass wir da auch in Richtung 300 Dollar oder sowas langfristig in den nächsten Jahren gehen können. Adobe war sehr interessant, hat ebenfalls einen perfekten Pick eigentlich mit abgeholt hier in dem Bereich. Hat also auch, selbst wenn man den schlechtesten Einstiegsbereich da quasi genommen hat, sollte man mit der Aktie auch schon mal 56 Prozent im Plus sein. Und dementsprechend haben wir auch dort die entsprechenden C-Level von dem letzten Tiefpunkt bis zur jetzigen stärkeren Korrektur. Und den sehen wir tatsächlich ganz weit oben Richtung 1400 bis 1650 Dollar. Aber auch da wohlgemerkt, das kann auch problemlos im Prozess einfach mal von sieben bis zehn Jahren oder so etwas sein, dass wirklich diese Preise angelaufen werden. Da müssen wir warten, bis der nächste Wirtschafts- und Aktienboom kommt. Das ist aber auf jeden Fall sehr interessant, hat hier auch wunderschön rausreagiert aus unserem Bereich und dementsprechend, ja, sehr guten Pick gehabt. Coinbase ebenfalls natürlich eine sehr interessante Aktie, jetzt da natürlich der Börsengang noch nicht so lange her ist und man das natürlich auf dem Schirm haben sollte. Denn entsprechend BlackRock wollte natürlich auch die ganze Bitcoin-ETF-Geschichte in Kombination mit Coinbase machen. Da kann also noch eine ganze Menge hinzukommen und so oder so, auch wenn der Krypto-Boom, der Bitcoin-Boom in dem Sinne auch wiederkommt, dann werden auch die entsprechenden Börsen der Marktkapitalisierung bei Coinbase natürlich dann auch richtig mit anziehen. Oder natürlich auch die entsprechenden Börsentoken, ja, sei das jetzt der BNB, der BNB-Coin oder auch Crow, was auch immer. Dementsprechend Coinbase im Kaufbereich und das hier ist tatsächlich in dem Sinne schon ein relativ kurzfristiges Ziel, was wir erreichen könnten, dass der Chart dann hier erstmal hinklettert. Wir haben aber hier noch nicht sonderlich viel Marktdaten, abgesehen vom Börsenstart und dann den Absturz. Dementsprechend, ja, ist das so das erste Szenario und dann können wir, wenn der Bereich erreicht ist, auch langfristig hier mal wieder was einzeichnen, wo auch wirklich was Nennenswertes ist. Dementsprechend, der ist Coinbase jetzt noch ein bisschen zu jung für, aber das ist auf jeden Fall ein mögliches Szenario für mich definitiv im Kaufbereich. Hat bisher auch alles nach Planen gehabt, weil die hatten wir ja schon mal analysiert, als hier der Bereich war. Da haben wir gesagt, der muss noch definitiv ein Stückchen tiefer rutschen, soll am besten sich dort ein bisschen aufhalten, verweilen und dann mit dem kommenden Bullrun hier auch wieder rausschießen und genau diese Bewegung, ja, wann haben wir sie hier, 3. August haben wir es eingezeichnet, scheint er jetzt gerade auch zu machen. Also das ist sehr interessant, dass Coinbase hier natürlich dann noch steil gehen könnte. Meta, beziehungsweise ehemals Facebook, hat ebenfalls eine Bombenreaktion gezeigt. Perfekt aus dem Kaufbereich. Na, perfekt nicht, ist natürlich durchgerasselt, aber selbst wenn, hat man natürlich durch die Analyse alle, die hier im oberen Bereich eingestiegen sind, davor bewahrt, die hier schon gekauft haben und auch hier Worst-Case-Pick, also wenn es ist Oberkante, Unterkante gewesen wäre, selbst von diesem Bereich aus über 60% im Plus. Deswegen Strategie ist genauso anwendbar auch im Aktienbereich. Ja, dementsprechend haben wir auch bei Facebook ein absolut neues Level, absolut neue Heißen, die hier angegriffen werden könnten und zwar 684 bis tatsächlich 823 Dollar. Das könnte der nächste Peak auf jeden Fall für die Meta-Aktie sein. Da bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, ist ja gerade auch auf sehr, sehr gutem Weg nach dem starken Absturz mit der Erholung hier erstmal sowieso wieder das All-Time-High zu schlagen, damit die Bewegung überhaupt als solches relevant ist und aktiviert ist. Und dann Freischuss nach oben. Ja, Intel haben auch einige gefragt, was ich im Vergleich zu Nvidia dann natürlich auch halte und ganz klar, ich sehe natürlich die Nvidia-Aktie so oder so schon immer deutlich, deutlich stärker, also das Unternehmen auch einfach deutlich stärker als Intel. Intel hat jetzt natürlich auch die Dividende deutlich gekürzt gehabt, was natürlich den Kurs so ein bisschen wieder beflügeln könnte oder auch beflügelt hat, dass es nicht immer nur hier im Abwärtstrend endet. Aber auch da, wenn das nicht der optimale Pick sein sollte als Aktie, denke ich, ist auch noch ordentlich was drin und wir könnten ebenfalls im nächsten Aktien-Boom tatsächlich dann endlich mal wieder das All-Time-High schlagen nach Ewigkeiten und dann auch hier Vollgas in die Richtung gehen, in Richtung 120 bis fast 140 Dollar tatsächlich bei Intel. MicroStrategy natürlich auch eine sehr, sehr interessante Aktie, die natürlich sehr, sehr stark ist mit dem Bitcoin-Kurs korreliert aufgrund des adoptierten Bitcoin-Standards von Michael Saylor und auch BlackRock ist mit größter Shareholder jetzt natürlich von MicroStrategy, also so gesehen haben sie indirekt immer eigentlich schon Bitcoin gekauft und sich immer mehr Anteile von MicroStrategy gesichert. Dementsprechend ist auch das, wenn du im Aktienbereich unterwegs bist, natürlich ein guter Pick, aber da ganz klar gesagt, die Aktie sowieso mit dem Bitcoin-Kurs korreliert, bin ich natürlich ein Fan davon, eher Bitcoin zu kaufen als jetzt die MicroStrategy-Aktie. Von daher, da bin ich nicht investiert, aber auch hier kann natürlich, wenn das da alles so aufgeht mit dem Bitcoin-Bullrun, dass die MicroStrategy-Aktie natürlich absolut parabolisch laufen könnte und sämtliche anderen Aktienunternehmen prozentual auch outperformen, weil völlig egal, wie die Kehrseite jetzt der Wirtschaft ist, wie andere Aktien boomen oder ob sie nicht boomen, wenn Bitcoin boomt, zieht diese Aktie mit und kann dementsprechend alle anderen auch einfach links liegen lassen. Und wenn wir natürlich wirklich davon ausgehen, mit BlackRock-ETF-Geschichte, Halving im nächsten Jahr, sowieso wieder Bitcoin-Run und, 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 dass der Bitcoin tatsächlich 100.000 knackt oder 140.000 haben wir auch als T-Level drin, dass das möglich ist, dann haben wir hier natürlich auch als Korrelation einen absoluten Spitzenwert der Aktie von sage und schreibe 2.000 bis 2.500 Dollar, die wir hier wirklich sehen könnten. Also dementsprechend auch eine sehr, sehr krasse Geschichte. Micro-Strategy könnte aufgrund dessen richtig, richtig steil gehen. Netflix, auch sehr, sehr stark abgestürzt natürlich, aber hat ähnliche Ziel-Level dann natürlich auch im positiven Sinne, sofern da der Boom wieder kommt. Und auch da hat natürlich im positiven Sinne auch schon wieder eine gute, ja, Korrektur stattgefunden. Und auch hier sehen wir die Ziel-Level 1.300 Dollar bis 1.500 Dollar, die man quasi dann erreichen könnte im Long-Term. Wie gesagt, in Richtung 7 bis 10 Jahren ist das möglich. Ich denke nicht, dass das nächstes Jahr oder übernächstes Jahr in irgendeiner Art und Weise passiert. Im Gegenteil, wir können wahrscheinlich auch erstmal, so wie es jetzt gerade auch aussieht, noch stagnierende bis tatsächlich erstmal vorerst fallende Kurse sehen können. Ja, Nvidia hatten wir gerade, McDonalds ist eigentlich auch noch so ein Ding, wo wir jetzt endlich nach Lebzeiten mal eine etwas stärkere Korrektur gehen. Also das ist jetzt auch der stärkste Rückgang, den wir seit, keine Ahnung wann, gehabt haben, mit gerade mal 17 Prozent. Aber ansonsten, schaut euch diesen Chart an. Der sieht aus wie der Bernie Madoff-Chart, ne? Also Chapeau an alle, die McDonalds irgendwie einen Sparplan seit Jahren hatten. Egal, wann da eingestiegen bist, du bist da quasi ein Plus mit. Und ja, und zumindest mal vom stärkeren C-Crash bis hier sollte dann dann doch irgendwann mal die Korrektur stattfinden bei McDonalds. Ist natürlich auch eine Dividendenaktie, daher natürlich auch schön zu halten, unabhängig da jetzt von der Preissteigerung wird. Dementsprechend interessant, wenn er tatsächlich die Korrektur mal ein bisschen vollendet und hier in dem Bereich anläuft. Und das wäre auch mal eine wirklich gesunde Chartentwicklung, wenn er 212 Dollar bis tatsächlich sogar mal 185 Dollar ungefähr anlaufen würde. Das auf jeden Fall dazu. Jetzt haben wir auch mal ein paar Aktien durchgenommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet als solches. Oder natürlich könnt ihr auch gerne ein paar Aktien vorschlagen in die Kommentare, die wir uns mal vornehmen können für die Zukunft. Und dann würde ich auch immer sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.